Die Filmanalyse Die Filmanalyse Die Filmanalyse Die Filmanalyse Die Filmanalyse Bildet der Regisseur Tinto Brass, den wir von Filmen wie Caligula und Salon Kitty kennen. Tinto Brass war ein großer Cineast, der in den 60er, 70er Jahren unglaublich viel ins Kino ging, aber er hat sich nur für die Form interessiert. Er wollte sich auch gar nicht erst vom Inhalt zu sehr affizieren lassen und ist deshalb in die meisten Filme erst 15 Minuten später hineingegangen, damit er gar nicht mehr diesen Inhalt so wahrnimmt und sich rein auf die Form konzentrieren kann. Tinto Brass rückt, zugegeben etwas verschroben, das Wie in den Mittelpunkt. Es ist die Form, die die große Kunst ausmacht. Und mit dieser Haltung steht Tinto Brass allerdings in einer sehr langen Tradition. Die Populärkultur funktioniert sehr oft mit dem Prinzip Handlung. Viele Krimis, vor allem Groschenromane und Seifenopern funktionieren nach dem Prinzip, der Mainstream-Film entspricht ebenfalls dem Muster. Kein Wunder, die ästhetische Gleichförmigkeit ist im Kino ja weit vorangeschritten. Nicht nur viele Superhelden und Comic-Verfilmungen lassen sich nur noch dank des Titels und dank der Besetzung voneinander unterscheiden. Auch viele Komödien der letzten Jahre schrumpfen in meiner Erinnerung zusammen zu einem einzigen Szenenreigen, in dem Figuren mit menschlichen Ausscheidungen rummatschen. Der deutsche Unterhaltungsfilm schweigerisiert bzw. Sepia filtert sich weiter. Und auch bei Filmjury-Festivals ist es ja so, dass vorwiegend der Inhalt im Vordergrund steht. Und dann, wenn der richtige Inhalt dann vorkam im Film, dann gibt es einen Preis. Anders als bei diesen eher seichten Produkten der Kulturindustrie geht es in der Hochkultur, Pierre Bourdieu konnte das in seinen Studien zeigen, immer um ästhetische Aspekte. Als ein Journalist den berühmten Ballettchoreografen Uwe Scholz fragte, wovon denn sein neues Stück Handle, da schrie Uwe Scholz empört aus, Handlung, ich stelle Seelenlandschaften dar. Harald Schmidt fasste sehr pointiert die Handlung von Flaubert's Meisterwerk Madame Bovary zusammen mit den Worten Frustrierte Arztgattin nimmt Rattengift. In der Tat, wahnsinnig originell ist die Geschichte nicht. Doch wie sie erzählt wird, das ist großartig. Und daran scheitern ja oft Romanverfilmungen, dass sie einfach nur Handlungen erzählen wollen und vergessen, dass die Form das eigentlich Wichtige ist. Das Medium, an dem sich das Kino am meisten orientiert hat, das muss man dazu sagen, ist ohne Zweifel das Theater. Im Theater werden Dramen aufgeführt und in dem griechischen Begriff Drama steckt schon das Handeln. Aristoteles definiert in seiner Dramentheorie die Gattung dann eben auch von der Handlung her. Also Handlung spielt durchaus eine Rolle. Die Handlung ist also in dramatischen Theaterstücken äußerst wichtig. Im postdramatischen Theater ändert sich das. Man verzichtet auf die Fabel und auch wenn wir an moderne, postmoderne Filme denken, können wir das sehen. Denken wir nicht nur an experimentelle Filme, auch finden wir etliche Filme, die vollkommen auf Handlung verzichten oder sie so sehr minimieren, dass der Plot fast keine Rolle mehr spielt. Ich denke da zum Beispiel an die späten Filme eines Jean-Luc Godard oder denken wir an die Filme von Jim Jarmusch. Also Handlung muss nicht unbedingt bei einem Film im Vordergrund stehen. Die Handlung steht zwar im Vordergrund des klassischen Theaters, doch soll das nicht heißen, dass daraus auch die Spannung bezogen wird. Im Gegenteil. Wer sich Romeo und Julia, Emilia, Galotti oder den Faust einsieht, der weiß ganz genau, was passieren wird. Wer stirbt, für wen das Ganze mit einer großen Katastrophe enden wird. Das ist keine Überraschung. Auch in der Oper weiß jeder, wie Nabucco, Carmen oder Tristan und Isolde ausgehen werden. Auch in den Programmheften wird ja für gewöhnlich der Inhalt zusammengefasst und niemals wird man dort lesen, Achtung, Spoiler. Im Barock war es ja sogar üblich, schon im Titel die Botschaft zu verraten und dann vorab in Prologen das Geschehen zusammenzufassen. Es sollte etwas demonstriert werden und damit man sich gar nicht so sehr auf die Handlung konzentriert, hat man gleich alles verraten, damit die Spannung einen überhaupt nicht ablenkt. Ähnlich verfuhr auch der französische Regisseur Robert Bresson, dessen Filmtitel Ein zum Tode Verurteilter ist entflohen, der ultimative Spoiler ist. Doch wie dieser Verurteilter entflieht, das ist das Spannende. Wie das gefilmt ist, wie das gespielt ist und welche philosophischen Fragen dabei verhandelt werden. Das ist das Interessante, um nicht zu sagen Spannende. Auch das bürgerliche Trauerspiel setzte nicht auf Überraschungen. Lessing schreibt in der Hamburgischen Dramaturgie, Aber das armselige Vergnügen einer Überraschung. Und was braucht der Dichter uns zu überraschen? Er überrascht seine Personen, so viel er will. Wir werden unser Teil schon davon zu nehmen wissen, wenn wir, was sie ganz unvermutet treffen muss, auch noch so lange vorausgesehen haben. Ja, unser Anteil wird umso lebhafter und stärker sein, je länger und zuverlässiger wir es vorausgesehen haben, schreibt Lessing. Erst dann könne beim Zuschauer wirklich eine allerheftigste Bewegung ausgelöst werden. Bertolt Brecht wird auch auf den Wissensvorsprung des Zuschauers setzen, jedoch aus einem ganz anderen Grund wie Lessing. Durch die Spannung identifiziere sich der Zuschauer zu sehr mit dem Geschehen und frage nicht mehr nach dem Wie. Aber eben das Wie sei interessant, weil darin zum Beispiel die herrschenden Verhältnisse plötzlich dem Zuschauer klar werden können. Doch so weit muss man nicht unbedingt gehen. Es gibt in der Tat Spoiler, die einen aufregen können. Über einen Spoiler habe ich mich in letzter Zeit sehr geärgert. In einer Filmkritik der FAZ wurde ganz am Ende des Textes, ohne Begründung und dann ohne eine weitere Interpretation zu liefern, einfach das Ende von Viktoria verraten. Das geht nicht. Der Film wird dadurch natürlich nicht schlechter. Es ist schließlich nicht einer dieser Mindfucking-Movies, die nur darauf aus sind, den Zuschauer eine Weile an der Nase herumzuführen und dann gibt es die große Überraschung. Aber man nimmt mit diesem Spoiler Viktoria doch etwas von seiner spannenden Kraft. Sebastian Schippers Viktoria Sebastian Schippers Viktoria vereint auf ganz neue Art und Weise das Was und das Wie. Was erzählt wird, ist beinahe genauso wichtig, wie das Wie es erzählt wird. Beinahe, sage ich, denn das Wie ist bei einem Kunstwerk immer das Wichtigste. Man wird diesen Film zehnmal sehen können, ohne dass er an seiner ästhetischen Kraft einbüßt. Man wird immer noch fasziniert davon sein und dennoch ist es so, dass, glaube ich, das erste Mal sehen, wo das beides so unglaublich zusammenkommt, doch ein Gefühl ist, dass man dem Zuschauer nicht vorab nehmen sollte. Man wird aber nicht zehnmal einen 0815-Krimi lesen und man wird sicherlich oder hoffentlich sich nicht zehnmal Game of Thrones anschauen. Der Film ist schließlich kein Fußballspiel, wo es auch die Spannung ja daherkommt, dass man nicht weiß, wie das Spiel am Ende ausgeht. Denn wenn das beim Fußballspiel das Wie so sehr im Vordergrund stehen würde, dann würde ja im Fernsehen ständig historische Spiele wiederholt werden und die Leute hätten große DVD-Sammlungen mit alten Spielen. Das ist ja in der Tat nicht der Fall. Man sollte zwar mit Spoilern behutsam umgehen, aber sie sollten nicht die Grenze des Denkens, der Kritik und des Sehens markieren. Übersetzt heißt Spoiler ja Spielverderber. Und das ist ja genau der Vorwurf, den sich ein Kritiker oft anhören muss. Nicht selten ist also die Empörung über Spoiler ein verdeckter Anti-Intellektualismus. Diese Spoiler-Panik muss also nicht sein. Gute Filme sieht man sich wieder und wieder an. Zum Beispiel kann man vieles erst dann bemerken, wenn man einmal von der Handlung absieht. Wenn man weiß, wie der Hase läuft. Gute Filme werden erst dann richtig interessant. Man kann Hitchcock-Filme natürlich einmalig spannend konsumieren, aber damit wird man diesen Filmen nicht gerecht. Bei Vertigo ist es ja tatsächlich so, dass man schon nach der Hälfte weiß, was los ist, aber dann wird es erst richtig spannend. Spannend auf eine andere Weise. Spannung, die nur auf Überraschung aus ist, die nutzt sich sofort ab. Spannend ist das Geistreiche, das Schöne, die Form. Viel spannender an der Duschszene im Psycho ist ja, wie sie komponiert ist und nicht die Tatsache, dass Norman Bates sich als seine Mutti verkleidet hat und Marion Crane umbringt. Wer nur auf den Plot aus ist, der schaut nur, aber sieht nicht. Wie ist es, wenn es sagt, kann man mit es nichts mehr Verschゼ nerven. Das Gleiche ist es eine Werte wie Sk itself. Wieíp'n Assingen, die Tatsache mit einer Föne mit Angen, finde ich es, mejor sowas wie Engen Abrah und euch 생각을 together einer, viel vontadee zusammen für eine Produzentöde, und habe mich gemacht, dass Summit wo ich verstanden ist und das geht, Vielen Dank.